so es kann losgehen es ist zeit richtung kajadi fähre step 1 also erst mal wieder das vergessen mitzunehmen für die kiddies auf die fahrt auf der fahrt das müssen wir jetzt mal einpacken und dann geht's los und wir nehmen euch erstmal mit richtung wagt kreuznach da ist die jana und wer hat wer muss das wieder sauber machen so los geht's ab auf die bahn so noch mal wir haben 20 uhr und es gibt keinen fisch sondern immer noch asphalt weil du nicht kontrolliert hast ob alle koffer drin sind weil du dein koffer schön hast im schlafzimmer stehen lassen eigentlich sind emmy und luisa schuld aber gott sei dank haben wir es noch geschafft bevor hier die a1 gesperrt wird und läuft wieder in bad kreuznach mussten gestern wieder zurückfahren weil ich esel den koffer vergessen habe von köln wieder nach hause und dann wieder nach kreuznach naja jetzt gehen wir erstmal gucken was schönes gibt platz nachtreise geht los dokumentieren ja ja dann wollen wir mal einpacken und ab geht's nach savona im dunkeln ab zum herbert nach dem kleinen power nepp man sieht dich gar nicht muss man jetzt auch nicht muss man jetzt auch nicht nach der sonne entgegen wie war die fahrt hallo ja schön also ein bulli schlafen ist auch schön füße beim lenker bisschen eingequetscht aber gut in der schweiz und was sagen die beiden hinten nichts wir haben für das block noch gar nicht das schiff aufgenommen aber jetzt sind wir beim boarding haben ein schwein zu essen habe ich gehört habe hier ein pfeffer irgendwas nein ich dachte es gibt schnitzel naja warten wir mal bis wir aufgerufen werden und dann kannst du losgehen da ist es es kann losgehen was fällt einem dazu ein ja wahnsinnig wahnsinnig diese kreuzfahrt wahnsinnig was sagst du dazu perfekt perfekt jetzt geben wir erstmal einen trinken oder das würde ich auch sagen machen wir das das ist das training und der vodka ist gesperrt so wunderschön warum auch immer so es ist spät aber ist das cool oder was jetzt muss ich erstmal gucken wo meine killis und meine frau abgeblieben sind ok weiter gehts B Theyet und weiter geht es mit ballons und kockpettis und dabei ist noch gar die silvester aber die haben untergezählt guten morgen weiter geht es mit dem hafen von könntest erraten starttour ich wüsste es auch nicht wir sind in der nähe von rom ich muss gleich noch meinen namen lesen und ich bin mal hier rein meine mädels hier schon fertig sind schauen wir mal wie das aussieht können wir endlich frühstücken ja wo ist denn hier die andere kleine da eine ecke ich versuche zu verstecken dann gucken wir mal wie das frühstück hier ist so gerade aufgestanden das ist so geiles wetter und ich glaube im hintergrund ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt so eine insel müsste eigentlich sardinien sein wenn mich nicht alles täuscht guckt euch das an ich halte euch mal in die sonne ist das geil oder ist das geil jetzt gehen wir erstmal frühstücken bis dann jetzt fühlt sich so langsam ein bisschen verdreht so guck mal was seid ihr erstes karni training mitgemacht was ganz habt ihr viel gelernt das englisch war schwierig ne hast du schon englisch in schule hast du noch nichts verstanden jetzt ist gerade vorbei jetzt warten wir noch auf die mutter jetzt warten wir noch ein bisschen geiles training ach ey was dir denn passiert so schwimmen ist angesagt gucken wir mal gleich ob das auf der rutsche da oben funktioniert bei dem handy ja wo ist lisa ja probieren wir es mal aus ja 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 jetzt halten wir fest wie wir gerade frieren hier guck mal luisa was wir alles machen für ein video krass aber guckt euch das wetter an hier ja 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 du bist leider an ja schoss ja 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 croiss hoi heute heißt es Barcelona und ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt hinter mir, ein richtig schöner Dreimaster, der da vor Anker liegt und ansonsten ich sag mal viel gedrubbelt, die ersten Genstern vom Schiff, da hinten wird fleißig gearbeitet und jetzt wollen wir mal zusehen, Kaffee rein und dann gehen wir mal Barcelona erkundigen oder erkunden meinen, also bis later on Barcelona-Tour kann losgehen, Palmen, es gibt nichts besseres als Palmen, oder? Schauen wir mal wo es hier lang geht Geiles Wetter mal Ich hab heute wieder einen extrem anstrengenden Arbeitstag Ich weiß nicht wie es euch geht, aber kann mal anstrengen Barcelona am Strand beim Glas Steine sammeln Und das Geld kommt trotzdem rein, ist das geil? Ich wünsche euch noch viel Spaß heute, bis dann! Hier wird nicht nur Business gemacht, sondern hier wird auch getanzt Und jetzt weiter geht's! allerdings jetzt erstmal nur der hafen wieder hafen kennt er ja schon vom schiff aber guckt euch mal da hinten das dicke dinge msc fantasia und auf anderer seite wir haben voll warm übrigens schön aussieht eigentlich richtig schön die stadt ist relativ weit weg also stunde laufen oder mit den bus fahren überlegen und dann schauen wir mal was der dach so bringt raus geht's aus dem hafen da jetzt aber was darf ich zeige euch das mal sieht das geil aus schönen schippern der vor uns dahin aus marseille raus tschüss marseille hätte die lichter die ziehen sich dann noch ein bisschen horizont lang und dann geht es weiter zurück zum heimathafen savona bis dahin und das ende ist erreicht auch grummelige gesichter im hintergrund naja sucht mit drei mädels aufzustehen morgen und den hafen von savona aber wieder erreicht diesmal von der anderen seite als wir eingestiegen sind schwenke mal ich sehe auch wie es aussieht ein jachthafen da direkt hinüber wie heißen die hat sie mutt acht hat sie mutt ja ich nur eine bestelle ja das war's mit der jacht mit der cruise jetzt ab nach hause bis später auf autobahn so frühstücksaal und jetzt geschmeckt da hinten ist noch der pool da sind wir gerade mal vorbeigelaufen und draußen steht noch ein anderes schiffchen costa diadema und da ganz unten steht unser herbert das mit den sehen können von hier aber jetzt werden wir erstmal aus checken den herbert haben wir wieder gefunden da ist noch mal die costa favorosa ganz schön schäfer und auf der anderen seite sofort das nächste nur von schiffen umgeben und jetzt jetzt erstmal die richtung ab zur bahn und ab nach hause na lecker kaffee kaffee ist gut ausgedrückter brütt aus aussicht aus kleine pause in der schweiz die berge hintergrund jeweils städter see vorbei schnee liegt schon oben auf die berge so schön hier very very nice käffchen auch ein sehr netter laden mache oder machi wie das auch immer ausgesprochen wird extrem nette verkäuferinnen und das für eine autobahn rastro auch da die schweiz kriegt viele punkte vielleicht guckt sich die berge herrlich machen wir mal zum herwert und weiter geht's gute app guck mal robbie ganz ohne karte nur mit app die app hat gesagt fahr woanders her und wir sparen eine stunde neunzehn und wir sehen sogar noch was gut dass kein hänger dran ist und angekommen kurz nach elf schon dunkel gerade die reserve vom bulli angesprungen vom herberg aber das war's das war's Vielen Dank.